Liebe Follower und Abonnenten, ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch bedanken für euer aktives Interesse an meinen Filmen. Eure Likes und Kommentare sind mir sehr wichtig und motivieren mich immer wieder. Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr. In dieser Zeit werde ich die Episode 12 vorbereiten. Vor einiger Zeit habe ich in der Community ein kleines Quiz gestartet, das bisher nur von einer Person gelöst wurde. Vielleicht habt ihr es übersehen? Falls ihr daran interessiert seid, kann ich gerne das Thema der vielen Charaktere behandeln, die ich speziell für das erste Kapitel Aufbruch zur Erde erstellt habe. Nun wünsche ich euch viel Freude mit Episode 11. Im Moment konzentrierten sich die Tarax und Soxas hauptsächlich auf den Tempel der Jagd. Also beschloss Henry, seine Flotte zu teilen und den bisher unentdeckten Sektor zu erkunden, der bisher nur den Tarax und Soxas vorbehalten war. Nach einem ereignislosen Monat erhielt die Quert eine Funkübertragung. Es handelte sich um einen Hilferuf von einer Hochgeborenen namens UNNAS, deren Außenposten kurz vor dem Energiekollaps stand. Henry entschied daraufhin, dieser Angelegenheit nachzugehen. Als er versuchte Funkkontakt herzustellen, bemerkte er jedoch schnell, dass es sich um ein automatisches Signal handeln musste. Einige Zeit später wurde diese Vermutung bestätigt. Die Besatzung der Quert fand eine Kommunikationsboje. Als die Quert in besagtem Sektor ankam, fanden sie ein noch größeres Problem vor. Die Sonne befand sich am Ende ihres Lebenszyklus und würde laut Scannern in wenigen Jahrzehnten zur Supernova werden. Der Außenposten war so nah dran, dass er davon betroffen sein würde. Verena, ich denke, unsere Mission ist vorerst gescheitert. Was ist passiert? Wir haben uns das Syndikat genauer angeschaut. Dabei haben wir einige Ungereimtheiten gefunden, die wir dann beim Boss der mittleren Ebene, Mr. Eker, angezeigt haben. Als Beweis unserer Loyalität sollten wir diejenigen, die das Syndikat bestohlen haben, neutralisieren. So weit, so gut, nachdem wir das erledigt hatten, sollten wir von einem Profikiller erledigt werden. Da wir jedoch den Killer erledigten, wurde uns ein schon bereitstehender, schwer bewaffneter Söldnertrupp entgegengeschickt. Wir haben uns dann über den Fluchttunnel der Situation entzogen. Hat euch der Söldnertrupp dabei gesehen? Das war nicht zu ermitteln. Deswegen habe ich den Söldnertrupp beim Verlassen des Gebäudes neutralisiert. Meinem Dafürhalten ist dieser Mr. Eker in diesen Hinterhalt verwickelt. Nach einer Bestätigung sollten wir diesen Herrn intensiv befragen. Verhaltet euch bedeckt. Findet heraus, wo dieser Mr. Eker seinen Rückzugspunkt hat. Dann stattet ihm einen Besuch ab. Wir melden uns, sobald wir erfolgreich waren. Henry entschied sich mit der ersten Quer zum Außenposten zu fliegen. Die Quer 2. Das Mutterschiff sollte in vollem taktischen Zustand in der Nähe verbleiben. Als Talia Henry fragt, warum er das tun würde, antwortete er mit einer menschlichen Redewendung, es ist ein Bauchgefühl. Wobei Talia ihre Augen verdrehte. Sie konnte sich immer noch nicht an diese Redewendungen gewöhnen. Hier ist Admiral Henry von der Quert. Wir werden in 200 Parsec bei Ihnen eintreffen. Teilen Sie uns Ihre Energieverteilerspezifikation mit. Wir werden als Sofortmaßnahme Energie übertragen. Hier spricht die hochgeborene Unnaas von der Exilbasis Grum. Ich danke Ihnen Admiral Henry. Ich sende Ihnen die Energieverteilerspezifikation. Allerdings wird das langfristig Ihr Problem mit Ihrem Zentralstern nicht lösen. Sie sollten nach der Energieübertragung Ihre Schiffe wieder flott machen und den Einzugsbereich Ihres Zentralsterns verlassen. Keines unserer Schiffe hat die Möglichkeit für Hyperdrive. Wir sind vollkommen auf fremde Hilfe angewiesen. Wir werden gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Admiral Henry Ende. Der Außenposten ist den Scans nach viel zu klein, als dass Sie dort lang autark gelebt haben können. Etwas sagt mir, dass diese Unnaas uns nicht die ganze Wahrheit sagt. Admiral, diesen Eindruck habe ich auch gewonnen. Ist das ein Bauchgefühl? Ja genau, das Gefühl etwas stimmt nicht, das einem sagt, man muss vorsichtig sein. Aha, jetzt verstehe ich es. Wir kennen das auch, nur nennen wir es Vorausschau. Admiral, so gut wie ich Sie kenne, haben Sie sich dazu etwas ersonnen. Welche Anweisungen geben Sie aus? In der Tat habe ich mir dazu schon etwas gedacht. Ich denke, wir dürfen Ihnen nicht zeigen, dass wir teleportieren können. Ebenso wenig sollten wir Ihnen zeigen, dass wir in der Lage sind, mit unseren Replikatoren mehr können als üblich ist. Ich wiederhole, keine Teleports. Replikator nur zu Nahrungs- und Kleidungsherstellung. Ich nehme an den maximalen taktischen Zustand, verbergen wir auch. Ja, so ist es. Habe ich noch was vergessen? Das zeigen unserer wahren Stärke. Das hast du aus deinem Bauchgefühl heraus schon getan. Ich werde nach unserer Ankunft nach einer Andock-Schleuse fragen. Ja, so machen wir es. Weisen Sie uns bitte eine Andock-Schleuse zu. Als die Querd an der vorgegebenen Andock-Schleuse festmacht, wird sie sofort von einem unbekannten Kraftfeld festgehalten. In diesem Moment ist Verena klar, dass die Crew in eine Falle getappt ist. Admiral, ich entschuldige mich. Ich habe es nicht kommen sehen. Dazu gibt es keinen Grund, Verena. Sollte es vonnöten sein, werden wir in vollen taktischen Zustand gehen. Aber zunächst möchte ich wissen, wer uns diese Falle gestellt hat. Verena, kannst du den Tower scannen? Ich beginne mit dem Scan. Im gesamten Tower lässt sich kein Lebewesen feststellen. Erweitere die Definition von Leben. Lege den Scan breitgefächert aus. Eines steht auf jeden Fall fest. Wir werden den Tower nur mit unseren Avataren betreten. Admiral, das Einzige, was ich feststellen konnte, ist im oberen Bereich beim Eingang. Ein zersetzender Nebel. Verena, zeig mir das. Ich schicke eine Sonde mit Materialproben in den Korridor, den wir betreten müssen. Verena, öffne aber nicht die Schleuse. Teleportiere die Sonde direkt hinter die Schleuse. Wir sind Gefangene, also macht das keinen Unterschied. Ich lasse es so aussehen, als wäre die Sonde durch die Schleuse durchgedrungen. Ich lasse es so aussehen, als wäre die Schleuse durchgedrungen. Der Schleuse durchgedrungen. Ich lasse es so aussehen, als wäre die Schleuse durchgedrungen. Ich lasse es so aussehen, als wäre die Schleuse durchgedrungen. Ich will dein Schiff, gib es mir. Die Falle war zugeschnappt. Kann Henry und seine Crew diese Gefahr meistern? Wir werden es in der nächsten Episode erfahren. Untertitelung des ZDF, 2020